Maxur, 24, schmückt jetzt ein besonderes Tattoo. Seit einigen Monaten ist er der Mann an Claudia Oberts, 61, Seite, zwischen der Trash-TV-Legende und dem 37 Jahre jüngeren Max hat es in einer Bar sofort gefunkt, nur wenige Tage später gaben sie schon knutschend ihr Pärchendebüt. Die beiden meinen es also total ernst miteinander, sogar gemeinsamen Nachwuchs können sie sich vorstellen. Jetzt ließ sich Max auch noch Claudias Spitznamen für ihn unter der Haut verewigen. Auf Instagram teilte der Tätowierer ein Foto von Max Waden. Auf der einen prangt jetzt unterhalb der Kniebeuge in dicken schwarzen Lettern das Wort Maxmaus, also der Kosename, den Claudia immer für ihren Liebsten verwendet. Wenn das nicht mal Sie können sie mit der Kniebeuge in dicken schwarzen Sie, mit dem eine Marke, Kniebeuge in dicken schwarzen Sie auch. Ich bin mir hinter der Kniebeuge in dicken schwarzen Sie. Vielen Dank.